jo leute was geht dark upstart willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute mal etwas anderes auf meinem kanal und zwar habe ich dem ehrenbruder monte letztens eine dicke doni da gelassen und zwar von 100 euro und ich zeige euch jetzt mal wie er darauf reagiert hat und zwar auf etwas aber eine lustige art und weise ich fand es einfach mega ich muss es einfach aufnehmen gruß ging raus an monte falls du es sehen solltest aber ich denke mir ja nicht und jetzt clip ab schmeckt lol warum sagt mir nicht bescheid leistet oder wer das doch nicht angezeigt meinst du eine doni ja aber der ganz fette digga oh no there isn't dark mit 100 euro dabei so probieren wir es noch mal mit der aussprache des namens lol bleibt wie du bist sehr 8 lol so rising dark sprachen lernen babbel den teil des streams bitte löschen den teil des streams bitte einmal löschen kurz geht raus danke ehre the rising dark huch ich wusste dass du noch mal donatest deswegen habe ich nur falsch ausgesprochen kappi danke bruder die firma dankt 100 euro auf meinen frisch rasierten lachsnacken danke bruder ehre die werde ich nachher direkt im casino verzocken eine umdrehung kapatt die donation wurde auch etwas später im stream angezeigt erst und die habe ich dann extra noch mal für euch rausgeschnitten und ja das hat dann glaube ich weil vorher hat einer shop 100 subs oder 50 subs verschenkt deswegen hat glaube ich kam die donation erst im stream als anzeige halbe stunde später oder so oder 15 minuten ungefähr auf jeden fall es hat lange gedauert auf jeden fall ja ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns bis dann euer dark ja 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 ja